SamTab. Wieder eine innovative Idee von SamPower. Das sind Tabs mit bedarfsgerechten Spurenelementen für ihre Biogasanlage als Einzelelement oder individuell für die Bedürfnisse ihres Fermenters konfigurierbar. So 100% löslich in jeder Fermenter-Situation. Einfach in der Handhabung, vollkommen staubfrei und somit sicher. SamTab. Einfach eine runde Sache. Der neue Standard im Spurenelementbereich.